Ergonomie ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Konzeption eines Arbeitsplatzes. Sie entscheidet über die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und die Effizienz Ihres Unternehmens. Mit einer elektrischen Höhenverstellung entscheidet Ihr Mitarbeiter, ob er im Sitzen oder im Stehen arbeiten möchte. Schwenkrahmen verkürzen die Greifwege und optimieren den Arbeitsablauf. Ablageböden lassen sich stufenlos verstellen und neigen. So passt sich der Arbeitsplatz den individuellen Bedürfnissen jedes Mitarbeiters an. Das AVERO Arbeitsplatzsystem bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Ergonomie am Arbeitsplatz zu erhöhen. Denn nur mit gesunden Mitarbeitern bleibt Ihr Unternehmen erfolgreich.